Ich lasse es lieber. Der Raum wird schmaler. Komm, wir fahren einfach jetzt gerade aus. Huiiii. Okay, komm wir an. Welche Bahn? Auf die... Scheiße. Okay, das war nochmal ein Mega-Fail. Welche Bahn? Rechte. Nee, in der Mitte. Aber die Levels... Okay. Was sag ich denn hier immer so? Aber sieht man manchmal wirklich sehr schlecht. Oh gut, ich kann mich jetzt auch rausreden, wie ich will. Okay. Hä? Boah! 100 Punkte, Leute! Gucke, so bessern wir uns. Neues Bonus-Level freigeschalten. Wir können ja eigentlich auch mal gucken. Jetzt die letzten Minuten. Also, wenn wir das geschafft haben, was die Bonus-Level sind. Du alter Spanner! Du solltest dich schämen! Ist mir schlecht! Ach, Entschuldigung! Ich hab das nicht extra gemacht! Ich möchte nichts davon wissen! Mach deine Sauer einfach anders! Bei der Spannen... Oh! Oh, hier! Ich kriege ja jetzt die Gänsehaut. Was ist das nicht so? Hat die einen Diamant geschissen? Ist ja, Liebesbücher! Klopapier! Naja, aber wenigstens Spülung im Holzhaus, ne? So muss das sein. Blink den Doppel-Dinger rum. Sieht aus wie die Dinosaurier. Hilfe! Ich weiß gar nicht wie der E ist, ja. Der Große. Da so ähnlich ist. Ich bin blöd. Wollte ich grad jetzt hier mit E angreifen. Ich muss nur meine Schulden bezahlen. Ah! Das ist schon mal was... Okay! Mal was Neues! Ach so! Noch kürzer! Ah ja, genau! Wo muss ich denn da hin? Okay! Muss ich da oben auf dem Baum, oder? Kann ich überhaupt... Ach, ich krieg ja Schaden! Okay! Oh, hallo! Wir gucken noch mal hier hoch! Wir gucken noch mal hier hoch! Okay! Wisst ihr was Leute? Da fliegen wir mal hier rüber! Schön hoch! Und dann mit normalem Propeller fliegen! Mit dem Haar-Propeller! So wie es sich gehört! Ja! 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 Muss ich hier hin? Sieht so aus, ne? So, willkommen zurück Leute! Ich weiß grad nicht was passiert. Ich bin grad einfach aus dem Spiel raus geflogen. Hammer Scheiße natürlich! Aber kann man nix machen! Kann man nix machen! So, befreuen wir die erstmal wieder! Ich muss los! Meine Kuh melken! Ich muss los meine Kuh melken! Ich muss los meine Kuh melken! Am besten mal jetzt, ich muss los die... was? Die Klospülung betätigen! Ne! Ne! Ne, da muss ich gar nicht hin! Da muss ich gar nicht hin! Ich hoffe, es ist noch alles gut in der Aufnahme, dass jetzt wieder das Schwarzbildschirm entsteht, weil ich raus geflogen bin! Weil ich denke, da ist es nämlich Oletzen entstanden dadurch! Weil, da bin ich so komischerweise öfters mal raus geflogen! Wie ich hab auch nie, warum? Das hat auch kein anderes Programm bei mir geöffnet! Dann gucken wir erstmal zu! Ah! Schon wieder dieser Besessen! Ah! 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 Was ist hier mit der Alten los? Kriegt erstmal einen Rischenschlag! Bam! Was ist los? Jetzt rennt sie weg! Ah! Ah! Wie ist das? Oh mein Gott! Ah! 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 Lass dir ihr eigenes Elixier schmecken. Hä? Wie mache ich denn das? Sag mich doch, du Schlingel. Wie schnell dir das ist als Frisch. Warte mal. Oh, was ist denn? Was ist denn der Teer los? Will die mich forschen? Lass dir ihr eigenes Elixier schmecken. Ah. Okay. Jetzt gibt es erstmal derbe Vorschläge. Komm, noch ein. Ja. Jetzt geht die wieder ab hier. Wie so eine Furie. Hat die denn, Macke? Und spring. Und. Ich habe sie wieder verwandelt. Kommt sie ja vorbei. Bäm. Ey, du Flegel. Ey, du Flegel. Jetzt kriegt sie wieder ihren Anfall. Uh. Ui. Die hat eine Macke. Die dreht durch. Und noch eine Runde. Oh. Ah, jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich. Komm. Renn, Junge. Nein, du kriegst mich nicht. Du kannst mich nicht fressen. Hau ab. Hau ab. Hau ab. So. Haben wir die jetzt? Oh mein Gott. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Lass mich. Ich will nicht gegessen haben. So, jetzt bin ich wieder normal. Spring. Und. Da ihre Medizin geben. Jetzt hat die mich. Bitte. Und wieder. Umdrehen. Und umdrehen. Die kriegt mich nicht. So. So, und los. Das sind wir beide als Frosch. So, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Jetzt ist sie am Ende. Bäm. Komm, 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 komm. Okay. Wo rennt sie denn jetzt hin? Hat sie Angst, alter? Plus 1500 kleiner Herren hier. Wo ist sie denn? Zeige dich. Komm. Komm on. Zeige dich. Steht sie vor dem Spiegel? Hallo? Sie sind ein bisschen gestört, oder? Okay, jetzt sammeln wir erst mal die ganze Sache ein. Jetzt sind wir uns mal richtiges Klauschwein, oder? Das ist meine. Das ist meine. Was ist noch meine? Wo ich in seiner Gewalt bin, wirst du in der Lage, darfst dich eine Schamlos ausnutzen. Was hat denn die für Probleme? Ich will die nicht haben. Boah, schon alleine der Gedanke. Nicht? Raymond, hier bin ich. Raymond! Okay. Okay. 4,80%. Okay, bis zum nächsten Bonuslevel. Ich würde sagen, wir hören jetzt erst mal. Warte. Okay, jetzt sind wir hier. Oh ja, was sind das für böse Leute? Warte, der. Wanted Raymond. Hey. Nächster Böse. Okay. Komm, ich verschlange. Okay. Hier machen wir nächstes Mal weiter. Hier machen wir auch erstmal Schluss. Für dieses Zeug. Ah guck, Krötensumpf ist das nächste, ne? Ich würde, aber, na, F2 für Bonus. Wir machen jetzt mal einen Bonus. Mal gucken, was das ist. 2D Madness, Wreckage, Wreckage, Jump, Crush. Kein Zugang, okay. Wollen wir machen wir mal Wreckage Jump. Klingt lustig. Ja, ich möchte dieses Bonuslevel laden. Oh ja. Okay. 夏